Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem Praxisbeispiel zum Thema laufende Geschäftsfälle. Sehen wir uns die Sache einmal genauer an. Wir haben hier einen Beleg der Müller GmbH, einem Bürofachhandelsgeschäft. Wer sind wir? Wir sind, wie wir die Angabe hier rechts oben entnehmen können, die Firma Poo Education. Da hier die Müller GmbH oben am Beleg angeführt ist, ist schon an dieser Stelle klar, der Käufer sind wir und die Müller GmbH tritt hier als Verkäufer auf. Welche Informationen haben wir noch? Hier sind auch die letzten Belegnummern angegeben und wir werden diesen Beleg hier natürlich hier an diese Nummern anreihen. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist einmal, welche Beleg habt ihr eigentlich vorliegt? Schauen wir uns den Beleg einmal genauer an. Wie gesagt, wir sind die Käufer, wir haben diese Artikel gekauft, aber um welche Belegart handelt es sich eigentlich? Schauen wir uns einmal den Beleg im unteren Bereich an. Wir finden hier keine Angaben über Zahlungsbedingungen. Wir finden aber, und ich habe das hier bereits rot umrandet, eine Information und zwar die besagt Zahlung Maestro. Das heißt, wir als Käufer haben der Firma Müller GmbH unsere Debitkarte oder wie man sie früher genannt hat Bankomatkarte gegeben und wir haben also mit Karte bezahlt. Daher handelt es sich in diesem Fall um einen sogenannten sonstigen Beleg. Der letzte Beleg, den wir nummeriert haben, hatte die Nummer 202. Daher nummerieren wir diesen Beleg hier mit dem Vermerk S203. Nächste Frage, welcher Geschäftsfall liegt hier eigentlich vor? Dazu müssen wir uns die erworbenen Artikel einmal etwas genauer anschauen. Wir haben hier zwölf Etiketten gekauft, wir haben Ordner gekauft, wir haben Leitzordner gekauft, wir haben Kopierpapier erworben und zu guter Letzt noch einen Locher, beziehungsweise sogar zwei Locher und zwei Papierkörbe Rondo. Das heißt, man kann es ja auch schon dem Firmenzusatz Bürofachhandel entnehmen. Wir haben hier Verbrauchsmaterial, ich sage einmal Kleinzeugs für unser Büro erworben. Und da schließt sich natürlich jetzt auch schon die nächste Frage an. Welche Konten brauchen wir für diese erworbenen Artikel? Gehen wir vielleicht nach dem Ausschlussverfahren an. Wie wir den Artikel entnehmen können, handelt es sich hier keinesfalls um Anlagen. Okay, bei Anlagen ist es so, diese haben ja vorausgesetzt eine Nutzungsdauer im Unternehmen von mindestens einem Jahr. Der Papierkorb, der Locher, die beiden werden möglicherweise sogar länger als ein Jahr im Unternehmen gute Dienste leisten. Das Kopierpapier wird sicherlich schnell verbraucht werden. Der Ordner wird auch länger als ein Jahr vermutlich im Unternehmen verweilen. Aber eben vom Preis her ist dieser Ordner ganz, ganz gering, eben nur 2,09 Euro netto. Und daher habe ich die Waren, die Artikel hier schon vorher Kleinzeugs genannt. Sind sie vielleicht geringwertige Wirtschaftsgüter? Nun ja, vom Wert her schon. Allerdings, wie schon gesagt, es handelt sich hier überwiegend um sogenanntes Verbrauchsmaterial. Daher, es sind keine Anlagen, es sind keine geringwertigen Wirtschaftsgüter, es sind auch keine Handelswaren. Wir sind ja die Firma Poo Education und wir vertreiben Dienstleistungen im Bereich des Internets. Und da ist es eindeutig, dass wir diese erworbenen Artikel eben für unser Büro benötigen. Daher benötigen wir hier das Konto 7600 Büroaufwand. Wir kennen an der Klasse 7, dass es sich hier um ein Aufwandskonto handelt. Welche Konten benötigen wir noch? Ich habe es bereits angeführt. Immer wenn wir etwas einkaufen, dann benötigen wir das Konto 2500 vor Steuer. Und im Haben steht eben hier nicht der Lieferant. Es steht auch nicht die Kasse, weil es sich ja um keinen Kassenbeleg handelt, sondern wir haben ja noch Verbindlichkeiten. Allerdings haben wir die Verbindlichkeiten nicht mehr gegenüber der Müller GmbH, weil wir ja mit der Karte, mit der Debitkarte bezahlt haben, sondern die Verbindlichkeit besteht nun gegenüber der Debitkarte, also gegenüber der Bank. Und daher haben wir hier ein Konto der Klasse 3 verwendet. Wir wissen, in der Nächste Frage, die nun an die vorige Frage gleich anschließt, wie lautet nun der Buchungssatz für diesen Beleg? Ich habe den Buchungssatz gleich am Beleg vermerkt. Und zwar lautet der Buchungssatz 7600 Büromaterial mit dem Nettobetrag von 146,79 Euro und 2500 Vorsteuer mit 29,36 Euro an das Konto 3190 Verbindlichkeiten Debitkarten mit dem Gesamtbrutto Betrag von 176,15 Euro. Wir merken uns, die Ware, also hier das gekaufte Büromaterial und die Steuer, die sind immer untrennbar miteinander verbunden. Ich sage immer, die sind verheiratet. Und beide stehen hier im Soll. Wir wissen, wenn ein Aufwand ein Aufwand ist, dann steht dieser Aufwand, respektive eben dieses Aufwandskonto immer auf der Soll-Seite des Buchungssatzes. Im Haben haben wir das Verbindlichkeitenkonto und diese Verbindlichkeit bleibt eben so lange bestehen, bis eben die 176,15 Euro vom Bankkonto abgebucht werden. Nun haben wir noch eine Frage zu beantworten und zwar, wie sich denn dieser Buchungssatz nun auf den Gewinn des Unternehmens auswirkt. Und wenn wir uns den Buchungssatz nochmal anschauen, dann wissen wir ja schon, dass hier im Soll dieses Buchungssatzes ein Konto der Kontenklasse 7, also ein Aufwandskonto steht. Und daher wirkt sich dieser Buchungssatz nun gewinnmindernd aus. Die Kontenvorsteuer und Verbindlichkeiten Debitkarten haben keine Auswirkungen auf den Gewinn. Allerdings ein Konto der Kontenklasse 4 bis 8. Und wir wissen, in diesen Kontenklassen sind ja Aufwands- und Ertragskonten beinhaltet, die verändern den Gewinn. Und hier haben wir es eben mit einem Aufwandskonto zu tun, das im Soll gebucht wird. Und damit wirkt sich dies gewinnmindernd aus. Ein Hinweis, wer auch nach diesem Video noch Probleme hat, Büromaterial von Büromaschinen oder eben generell Anlagegegenständen zu unterscheiden, dem empfehle ich das Video Büromaschinen versus Büromaterial. Ich verlinke euch dieses Video hier oben. Für heute soll es das gewesen sein. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, dann packt mir diese Bitte in die Kommentare. Wenn das Video hilfreich für euch war, dann freue ich mich über ein Like, freue mich natürlich über Abos. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao.